Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bayern legt einen Entschließungsantrag vor zum Verbot von Mikroplastik in Kosmetika. Und ich glaube, es ist Ihnen so gegangen, wie es auch mir gegangen ist, als in den letzten Jahren zu diesen Themen Medienberichte gekommen sind, als die öffentliche Debatte begonnen hat und wir feststellen mussten, dass die Industrie in Zahnpasta, in Shampoos, in Kosmetika, in Duschgels, Mikroplastik eingebracht hat und wir plötzlich feststellen, dass diese Stoffe ja in den Nahrungsmittelkreislauf von Organismen kommen, dass plötzlich kleine Meerestiere diese Stoffe aufnehmen, nachdem diese Stoffe schadlos die Kläranlagen passiert hatten, dass plötzlich diese Stoffe wieder in unserer Nahrungskette auftauchen, plötzlich in den Fischstäbchen diese Dinge wieder drin sind, die wir vorher über das Shampoo in die Abwässer gegeben haben und dergleichen mehr. Also es ist dringender Handlungsbedarf gegeben und die Bundesregierung strebt ja an, bis 2020 hier ein Verbot dieser Stoffe hinzubekommen. Die Industrie ist gefordert zu liefern. Im Bereich der festen Kunststoffteilchen ist ja schon einiges passiert. Aber im Bereich der flüssigen Beimengungen ist noch zu wenig passiert. Hier muss also dringend nachgebessert werden. Wir rufen also die Industrie auf, hier zu liefern. Zunächst mal in puncto Freiwilligkeit und spätestens ab 2020 sagen wir als Bayern, wenn nichts kommt, muss Brüssel liefern, muss die EU hier auf Verbote hinwirken. Thüringen und Hamburg haben eigene Anträge auf den Weg gebracht und es ist unsere Hoffnung, dass wir hier am Ende zu einer gemeinsamen Vorgehensweise kommen. Dass diese Anträge dann zusammengeführt werden und im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der nach uns kommenden Generationen dieses Thema gelöst wird und wir nicht weiter Stoffe in unsere Umwelt abgeben, die uns dann über Jahrhunderte zu schaffen machen. Und wenn man Berichte hört, dass das Haltbarkeitsfenster für solche Stoffe bis zu 2000 Jahre betragen kann, dann ist es schon erschütternd und es ist zu hoffen, dass nicht einiges schon zu spät ist, dass nicht vieles schon im Umlauf ist, das eben über lange Zeit nicht mehr zurückgeholt werden kann. Ich bitte Sie um Unterstützung unseres Antrages. Vielen Dank.